und kommen im nächsten so genau ich wollte mich heilen ja das tust du am besten weil jetzt könnte es ein bisschen gefährlich werden das tut gut so da ist eine AK ja ich hab mich viel schneller ja und die hat auch kein Laservisier ja Laservisier hab ich auch nicht mehr darauf musst du erstmal verzichten ja ich hab hier aber noch eins dran das war ein Sonntag das ist ein paar Paddel und das Beschläger war das Paddel ist echt das beste deswegen werden wir es auch absolut nehmen naja ein Paddel und so wieder macht er alles kaputt mit dem kann man nirgendwo hingehen ich hab mich glaube ich ein bisschen verirrt es ist eine Toilette eine Mädchen Toilette ja 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 ich habe ich mich schon gehört zu verriert oder so ich werde mich nicht so langsam echt hier ist da noch was drin mh nichts wichtiges da unten werden wir noch genug wichtiges finden da müssen wir jetzt nicht suchen wenn man ihn noch oder ah nö ich 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 kann da es kommt endlich Okay, jetzt kommt nämlich der Hauptteil des Einkaufszentrums. Ja, hier kann man es nochmal runter gucken und dieses kleine Auto wird sich alles drehen. Oh ja, das wird und das wird noch Probleme geben. Jetzt erzetten wir alle hier rein, auch der alte Herr sollte sich mal langsam in den Fahrstuhl kriegen. Ja, bin schon auf dem Weg. Das Auto ist ja noch irgendwo hier. Wir suchen es, fangen es auf und fahren damit voll durch das New Orleans. Einverstanden, aber ich fahre. Moment, ich hatte die Idee, also fahr ich auf. Wirklich ein fabelhafter Ausflug. Sobald die Türen aufgehen, handelt ihr los und sucht Benzin. Okay, das ist unser Plan. Wir fahren nach New Orleans. Mit diesem kleinen Rallye-Auto, wo zufälligerweise kein Benzin dreier ist und zufälligerweise überall Benzin-Kanister auf der Karte verteilt ist. Welcher Glück. Ja, wir machen es ein bisschen so, dass wir einfach die ganzen Kanister erstmal runterwerfen, um dann einsammeln, als immer wieder runterzulaufen. Das waren wir uns sehr gern. Wir sollten trotzdem alle zusammenbleiben. Ja, ich... Weil hier können uns die Spezialinfizierte sehr leicht trennen. Wir müssen aufpassen. Ja, das stimmt. Okay, wo waren die ersten Kanister? Eine Etage nach unten, würde ich sagen. Dann gehen wir gleich mal nach unten. Und hier ist irgendwas rum. Einfach runterwerfen. Da redet ein Smoke rum. Ich sehe nicht. Ich habe ihn schon erledigt. Der ist hochgeklettert. Den ist schon für uns bereit gemacht. Ich muss gerade aufpassen, dass ich... Nicht auf die Kanister... Oh, ich bin hier am runterfallen. Na, okay. Du save es schon. Boah, es geht hier richtig ab, muss man ja jetzt sagen. Gut, unten nichts mehr oder was. Okay, ein paar müssen noch nach unten geworfen werden. Ja. Da habe ich erst mal ein paar Rohrbomben. Irgendwo in die Ecke. Kommt ihr? Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich suche dich. Du bist da hinten, oder? Ja, ich bin da hinten, okay. Ich bin andersrum gegangen. Ich hoffe, mir lauert jetzt niemand auf. Ich bin ganz gut. wird sie über gleich zu an. Deswegen. Auch jemand pillen. Da wirst du okay, okay. Pillen. Die nämlich doch gleich. Einfach mal, ich knuddel die kaputt. Oh nein. Also. Scheiße, 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 scheiße. Oh, 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 oh. Hier geht es bei mir richtig ab Oh nein, es hat mich erwischt Das war ziemlich knapp Okay, wir sollten nach unten Jetzt wollen wir mal mit dem Aufruf beginnen Es könnte sein, dass es reicht Ich hoffe es jetzt mal Wenn nicht, gehen wir einfach noch eine Runde Darauf ganz sicher Hier unten sind noch Vorräte genug für uns Das hört sich ganz böse nach einem Tank an Oh nein Das wäre schlecht, weil ich aber kein Molotow Ich habe einen... Na, keinen Molotow Ja, ein Tank, nur wo Das gefällt mir Wir dürfen uns nicht trennen, am besten Bleiben wir hier alle auf der Stelle Da ist er, hier ist ein Zocki Oh Ach, da oben ist er Okay Aua, ich wurde von einem Stein getroffen Den aus einer Treppe gerissen hat Oh, oh, ich habe noch 3D-Bellen Und der ist fertig Und ich auch Okay, ich helfe dir Ein Zombie unter deinem Tisch habe ich auch noch nicht gesehen bis jetzt So Oh, komm Okay Ich brauche jetzt nur ein Medic-Kit So gut sind denn auch welche Das ist sehr gut aufgeteilt auf dieser Karte Okay, da kommst du wieder, ne Horde? Ja Wollen wir schon mal einfüllen? Ja, ich mache es erst Den ersten Dahin bringen Du wirfst ihn dir einfach zu? Ich versuche es Ich kann hier auch mir ein bisschen actionreicheren Teil zeigen Okay, du gehst da hin Warte Ich hole noch einen Da ist ein Zocki Ja Nicht auf Kanin Nicht auf Ah, genau Kanin, sag ich schon Äh, Kanister Kann man den Den Brand setzen? Ja, kann man Ja Um den Tank zum Beispiel zu schrotten auch Okay Muss ich oft genug Leider am eigenen Leibchen erfahren Wir müssen ja ein bisschen aufpassen In Ordnung Woher kommst du noch so voran? Ja, ich schub sie einfach mal ein bisschen kaputt Ah, schön wie Kaka Ich werfe die mal so langsam alle in die Ich nehme sie mal mit Es war auch so, dass ich da was gehört Hm Hier sind Mandatow-Cocktails Ja Ah, das hat sich vollgemacht Ist gut Bist du noch hinter mir? Ja, ich bin hier hinten Gut Ja, ihr seid aber ein bisschen sehr weit hinten Ja Ja, sind wir auch Weil hier sich das Meister abspielt Ja Ja Der hat den ganzen Rücken offen Ja, ich glaube das ist nicht sehr gesund Ja Okay, wir haben es was gesagt Wir haben es nur die 10 erreicht Ich hoffe wir treffen noch kein Tank mehr Ja, wir müssen die zwei da oben noch Oh, Scheiße Das hat sich ungesund dann Hm, das sind gut nur zarter gewesen Wir müssen uns irgendwie wieder hochschaffen Ja Also man ist doch zwei zu wenig Ja, war's Okay Ich komm mit der Ich stelle mich ja einfach mal hin Ich bin so wunderbar wie sie da gleich unten rumstehen vielleicht Aber wer weiß Ah, die gute Rochelle ist schon da Ich bin auch da und Alice kommt hinterher Ja, einfach reinspringen Ich frag mich gerade wie es hier hoch geht Ich glaub sie hier wäre irgendwie so ein Weg nach oben Oh Da hoch müssen wir Okay Wie kommt man da hin? Noch einmal und ich zerreibe dich zu Moos Noch einmal und ich zerreibe dich zu Moos Äh, kapier ich nicht den Spruch Oh, da war irgendwas Ich glaub ich steh mich halt ein bisschen doof an Wo müssen wir her? Ja, frage ich mich auch gerade Hä, wir sind jetzt gerade voll im Kreis gelaufen Warte mal Lass uns mal gucken Da oben, die Treppe Einfach bis nach oben, oder? Treppe? Treppe? Ja doch, das ist so Wir müssen den Weg nochmal zurück Ah, na super Bis dahin kommen noch 20 Wellen von Zombies Ähm, ja, find ich's auch Ich meine, sie wird mir nicht mal eine Munition oder etwas knapp Dann müsste ich nochmal noch unten Ja, ja, ich bin gerade auch runter Was? Bist du runtergegangen? Ja, eigentlich eher gefallen Super Aber ich komm da hin Ich hoffe, jetzt erwischt mich nichts Das hört sich nämlich ziemlich ungesunde Händen an Du bist da oben? Gut, dann hol die Kanister runter Okay, was ist das jetzt ziemlich besorgen? Wir gehen nach unten, vielleicht kann ich von oben auch noch Snipern Oh Gott, da kommt wieder ein Tank Naja, sag ich so, damit hab ich ja auch nichts zu kämpfen Ich hab nicht Ah, der ist hinter mir her Super Das wollten wir aber Dass ich dir diese Last abnehmen konnte Ja Schön Oh, er ist gar nicht mehr da Ach doch Hey, was geht's denn da? Ups Hat's die Rochelle schon wieder erwischt? Ja Und ich hab sie mit meiner Bombe nicht unbedingt lebendig gemacht Da sieht man auch gerade, wie dieses Zombie die Wand geklettert Ja, eben hat man zumindest gesehen Das können die Sind die Kanister schon unten? Die sind schon unten Die Zombies aber auch Das freut mich Ja, das mit den Zombies aber nicht Okay, ich bin schon da Okay, das ist meine Gesundheit jetzt nicht unbedingt gut, dass hier so viele Zombies sind Okay, ich hol die letzte Kanister Dann zahl die Gewicht Dann haben wir es gesurft Einfach durch Und Jetzt müssen alle noch kommen Genau, wir müssen in diesem Kreis Und damit haben wir die erste Kanban hier überlebt Oh ja, hab's geschafft Endlich Auf nach New Orleans Das sah doch gerade geil aus Ja Die überlaufen dann konnten fliehen Ohne Verluste Ja Alle sind durchgekommen bei uns Können wir doch mal machen Können wir doch mal machen Okay, wir haben uns wieder Kein einziger von uns außer Gefecht Ja, ja Keiner mit zwei Mal Äh, ja Verband so ist ja Gut, zum Erzmittel, nur gut Ja, man kann das Adrenalin Ja, vielleicht habe ich kein Medikamenten Problem, aber Ja, ja Und Rohrbom-Problem Ja, und man hat noch mal gerne ein Problem Okay, ich bin da für die Galle sucht die Ja, du magst kurz sehr gerne mit Nachkampf, ob ich richtig reingehauen Hunter und du immer Ja Spezialinfizierte Haben wir auch ganz gut gelöst Ich habe irgendwie die wenigsten gewöhnlichen Infizierten Dafür Rochelle die meisten Ja Oh, finde ich War ein bisschen zurückhaltend Ja, meine Genauigkeit Ja, meine Genauigkeit Dieses Aber ansonsten hoffen wir, dass ich die erste Kampagne wirklich Spaß gemacht hat Ja Und wir sehen uns dann bei der zweiten Kampagne, das ist Sumpfieber Genau Machen wir eine kleine Wanderung durch die Sumpfe der USA Eigentlich ist die Brücke Ich gucke gerade nach, es ist die Brücke Die Brücke erst, okay Dann machen wir eine Brückenwanderung Das ist auch sehr spannend Ja Das diesmal dann aus meiner Sicht Genau Und dann Sehen wir uns Tschüss